Was machst du denn? Ich bin Kammerjäger. Nach Knockin' on Heaven's Door Till Schweiger ist der Eisbär. Toll, was soll man mit einer Skimaske und mit einer Kanone anfangen? 40 Cheeseburger bitte. Zu hier essen oder zu mitnehmen? Zum... Mitnehmen. Ich dachte, du wolltest Frauen aufreißen. Frauen? Ich kann da so gerne Mädchen treffen. Kurzer Auerstimme. Wenn du da jetzt nicht rausgehst und dir sagst, dass du sie liebst, dann mach ich das. Darf ich dich küssen? Und diese Angst, dein Schwanz sei nicht groß genug. Das hat sie nicht gesagt. Wir sind dabei. Tanz ist am Ende. Ich bin nicht aggressiv. Ich versuche zu arbeiten, okay? Till Schweiger, Carina Krafcik, Benno Führmann, Florian Lukas, Heiner Lauterbach und Peter Maffay in Der Eisbär. Ich kannte mal einen Typen. Der hat original ins Bett gefurzt, hat dann seine Freundin unter die Bettdecke gedrückt und wie gefungen, an dem Frutz zu riechen. Nein. Da? Das ist Liebe. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Untertitelung des ZDF, 2020